Cosimo Marafa, Marafa Training Academy und heute geht es um den einen Freund, der PPP sagt, der andere sagt TSS. Was ist der Unterschied? Der eine sagt, alles ist permanent, personal, pervasive oder es ist immer so, es ist persönlich, was ich gerade erlebe und es ist überall so. Also zeitlich, persönlich und geografisch. Der andere, der weiße Freund, der sagt, hey, vielleicht ist es eher temporär oder übergangstechnisch. Zum Zweiten, ob es persönlich ist, es kann auch die Situation sein oder es kann auch eine andere Perspektive sein. Und pervasive überall, vielleicht ist es nur spezifisch auf diesem Ort gerade so. Das sind die beiden Stimmen. Ich freue mich schon auf die Nachricht von morgen und wenn du gerne wissen willst, wie du das direkt in deinem Geschäft, in deinem Privatleben, Familienleben, wo auch immer du es anwenden willst, nutzen kannst, um die rechte und die linke Stimme richtig einzuordnen, fühl dich frei, uns anzuschreiben. Wünsche dir alles Gute, bis dahin. Hier war Kozyumarafa, Marafatrini Akademie.